Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Advanced Warfare Video. Heute geht es um die Map Atlas Scorch, die in Collectors Editions von Call of Duty AW mit dabei ist und die ein Remake der Map Pipeline aus Call of Duty 4 ist. Bis jetzt hatten wir noch keinen offiziellen Trailer dazu und auch noch keine offiziellen Bilder, aber Sledgehammer Games hat in einem Trailer zum Exoskelett so ein bisschen Clips von dieser Map mit eingebaut und hat die Map eben so angeteasert. Ihr seht diese Clips jetzt im Hintergrund, einmal in schnell, einmal in Zeitlupe und dann auch noch so Vergleichsbilder, die eben ganz genau zeigen, wo eben die Zusammenhänge dieser Maps sind. Und ich finde gut, dass so ein bisschen mehr verändert worden ist. Da sieht man eben auch auf manchen Bildern, das heißt, da sind dann noch irgendwelche Wände mit reingezogen worden und es wurde so ein bisschen was verändert. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das heißt, die haben sich eben diese Map geschnappt, die gut funktioniert in Call of Duty 4 und haben sie eben so angepasst, dass sie auch in Call of Duty AW gut funktioniert, wo man ja dann doch ein bisschen ein anderes Movement hat. Gefällt mir gut, muss ich sagen und die Optik finde ich auch so ganz nett. Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Map, denn ich werde mir auf jeden Fall eine der Collectors Editions kaufen. Ich finde trotzdem ein bisschen schade, dass diese Map nur für die Collectors Editions da ist, denn das bedeutet wahrscheinlich, dass die Map am Releasetag so ein bisschen gezockt wird und dann nie wieder. Denn die meisten Leute, die gehen dann natürlich trotzdem in die normalen Playlisten und halten sich nicht bei einer Bonus-Map auf, wo eben letztendlich nicht so viele Leute wie bei den anderen spielen. Und das gleiche hat man ja auch bei Call of Duty Ghosts schon gehabt mit der Map Freefall. Da war es halt letztendlich so, dass eben Freefall auch kaum gespielt worden ist, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, weil die Leute natürlich auch lieber gegen alle Leute spielen wollten und nicht nur gegen die Vorbesteller. Und letztendlich war das ja sogar eine Vorbesteller-Map. Das heißt, bei Atlas Scorch werden wahrscheinlich noch weniger Leute spielen. Das heißt, das finde ich so ein bisschen schade, denn die Map macht eben einen ganz guten Eindruck. Aber gut, was will man machen? Ich persönlich muss sagen, mir wäre das nicht aufgefallen. Ich habe den Trailer natürlich auch ein paar Mal angeschaut. Ich muss sagen, ich habe da keinen Zusammenhang gesehen, aber der YouTuber Unknown Player hat eben diese ganzen Bilder rausgesucht, diese Vergleichsbilder und dem ist es eben aufgefallen. Und die ganze Sache wurde auch von Michael Coghrey bestätigt auf Twitter. Und zwar meinte er eben, plus zwei Punkte für Team Unknown Player und ich denke, das kann man auf jeden Fall als eine Bestätigung werten. Das heißt, das ist so ein kleiner Eindruck von dieser Bonus-Map für die Collectors Editions von Call of Duty. Und mich würde jetzt mal interessieren, kauft euch eine der Collectors Editions und werdet ihr eben diese Map spielen können oder werdet ihr die Map nicht spielen können, weil ihr eine normale Version von Call of Duty kauft. Würde mich interessieren, schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.